Das ist Vergangenheit und die interessiert mich eigentlich wenig. Ich habe jetzt hier mit Barcelona, mit Barca ein neues Kapitel aufgeschlagen in meinem Leben und ich bin sehr glücklich hier. Ich mag die Menschen, ich mag den Verein, ich mag meine Spieler, aber es ist ein fantastischer Verein. Die Leidenschaft, die man so mitbekommt und auch die Herzlichkeit, jeden Tag auch die Mannschaft zu unterstützen, den Verein zu unterstützen, ist etwas Besonderes. Das merkt man, wenn man die Straße entlangläuft und die Menschen dann auf einen Zug kommen. Das ist wirklich schön. Ich mag das sehr und genieße das auch. Und weiß aber auch, dass es eine enorme Verpflichtung ist, weil wir natürlich auch alles geben, damit wir diesen Weg so weitergehen. Ich glaube, dass ich nicht in meinen besten Schäden und ich glaube, dass ich meine 100en Spiele machen kann, in einem Spiele in einem Spiele, Planung zu spielen, Ich bin auch im Champions-Spiel. Ich habe das ein Spiele gefühlt. Es war ein Spiele, das ich in den 100en Spiele machen konnte, wie ich in einem Spiele war. Ich bin sehr froh, dass ich mich mit den Spiele machen kann. Ich habe sehr gefühlt. Ich bin einfach super happy hier zu sein und ich glaube auch, man soll nicht so sehr in die Vergangenheit reinschauen, sondern eher in dem Hier und Jetzt leben, weil ich glaube, dass gerade was passiert mit der Mannschaft. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und wir haben eine enorme Qualität, auch eine fußballische Qualität in der Mannschaft. Und man hat heute gesehen, dass die Mannschaft auch bereit ist und es auch kann, über 90 Minuten auch wirklich sehr intensiv zu spielen. Und wir haben einige Spieler dazubekommen, wie Frenkie de Jong, wie Danny Olmo, Firmin, Gavi, die ja noch nicht bei 100 Prozent sind. Und wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir das auch alles richtig machen. Und Frenkie hat heute angefangen und hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Also von daher kommen wir Step by Step zu dem, dass wir möglichst alle Spieler zur Verfügung haben. Und ich hoffe, dass die, die jetzt noch angeschlagen sind, dass sie auch bald dazukommen. Und ich glaube, dann haben wir eine richtig tolle Auswahl. Und dann ist das, was wir jetzt gerade erleben, also mit allen drei Tagen das Spiel, dann auch besser zu verkraften. Ja, klar. Ich glaube, das ist das, was wir heute haben. Wir haben uns sehr viel Potenzial in dem Team, wir haben uns sehr gut gemacht. Und das ist das, was wir heute haben. Das ist das, was wir heute machen. Das ist das, was wir heute haben. Und wir haben uns vor allem. Vielen Dank. Wir haben uns sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben uns sehr gut gemacht. Wir haben uns auch ein bisschen, wenn wir uns gut gemacht haben. und wir haben viele Gangehörige, wie es die besser, hier in Hause, mit unserer Fischung, dass sie es.